Maslama Ibn Abed Al-Malik war einer der bedeutendsten arabischen Feldherren im 8. Jahrhundert. Er war Sohn des Kalifen Abed Al-Malik und Enkel des Kalifen Mavan I., Bruder der Kalifen Al-Wali I. und Suleiman sowie Cousin des Kalifen Omar II. Da seine Mutter eine Sklavin war, konnte er im Gegensatz zu seinen Halbbrüdern keine Ansprüche auf das Kalifat anmelden. Als Feldherr tat er sich in den arabischen Kriegen gegen Byzanz. Insbesondere der Belagerung von Konstantinopel und bei Kämpfen gegen die Chazaren hervor. In byzantinischen Quellen tauchte er erstmals im Zusammenhang mit den Kämpfen um Diana 707 08 auf, im Jahr 712 Amasaya und Mistaya. Nach dem gescheiterten Angriff auf Konstantinopel unterwarf Maslama 720 als Gouverneur von Basra und Kufa eine Rebellion in Persien. 725 26. eroberte er Kaisar Raya in Kapadokien 730 dk Sekunden Kastel Chajinon. Als neuer Gouverneur von Armenien nahm er 731 den Kampf gegen die einfallenden Chazaren auf und ging zur Gegenoffensive über. Maslama Moschee Späterer Legende zufolge soll auf eine Vereinbarung zwischen Maslama und dem byzantinischen Kaiser die Errichtung der ersten Moschee in Konstantinopel zurückgehen. Wahrscheinlich aber wurde sie erst um 860 erbaut. Auch die wenige Jahre später von ihm errichtete Hauptmoschee in der heute südrussischen Stadt Derbend wurde nach Maslama benannt. Späterer Legende